Ich möchte heute mal einen Preis verleihen. Der Preis für den undiplomatischsten Diplomaten der Welt geht an den Mann, der ab Freitag nicht mehr ukrainischer Botschafter in Deutschland sein wird. André Melnyk. Erstens ist er ein ziemlich würdiger Preisträger und zweitens ist er der einzige Diplomat, der mir auf Anhieb einfällt. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Ich folge André Melnyk auf Twitter. Nicht etwa, weil ich mich für die Geschicke der Ukraine interessiere. Wer tut das schon? Also theoretisch tun wir das natürlich alle. Aber praktisch sind die meisten viel zu beschäftigt damit, sich entweder über das Rot, Grün oder Gelb in der Ampel zu ärgern, sich vor der nächsten Gasrechnung zu fürchten, die Luft in Talkshow-Studios mit heißen Putin-Prophezeiungen zu füllen, den Krieg und seine Folgen politisch auszuschlachten oder einfach Sarah Wagenknecht zu heißen. Außerdem, wenn ich wissen will, wie es um diesen Krieg steht, lese ich dazu natürlich ausschließlich den kompetenten Universalgelehrten Elon Musk. Ich folge André Melnyk auf Twitter, weil es unterhaltsam ist. Wenn ihr das irgendwie unangebracht findet, wo er doch Botschafter eines in einen Krieg gezwungenen Landes ist, dem man nur mit Respekt und Ernst begegnen sollte, dann habt ihr sein Twitter-Profil noch nicht gesehen. Es ist wirklich wunderschön. Er definiert das, was ich in meinem bisherigen Leben unter diplomatisch verstanden habe, einfach komplett neu. Ich dachte immer, diplomatische Menschen seien höflich, freundlich, ruhig und kompromissbereit. Aber hier als Lehrbeispiel einige Auszüge aus Herrn Melnicks Twitter-Profil. Verpisst euch. None of your fucking business. Kümmert euch um euren linken Dreck. Eine gute Idee ist, wenn sie ihr rechtsextremes Maul halten. Fuck off. What the fuck. Oder mein Lieblings-Tweet. Hallihallo, Harald Welzer. Sie sind ein mieser, verlogener, aufgeblasener, gewissenloser Mensch, der gar keine Ahnung von diesem barbarischen Krieg Russlands und vom Leid der Ukraine hat. Ich meine, habt ihr die letzte Bosetti-Will-Reden-Folge gesehen? Darin versuche ich mich zehn Minuten lang an dem fast unmöglichen Unterfangen über Welzer und Precht zu reden, ohne sie dabei zu beleidigen. Und der ukrainische Botschafter haut einfach sowas raus. Es geht eindeutig schneller und, naja, sagen wir so, die Botschaft bringt der Herr Botschafter durchaus auch rüber. Ansonsten schreibt Herr Melnick hauptsächlich, gibt uns Waffen, gibt uns Waffen, gibt uns Waffen, gibt uns Waffen. Und klar, das finden nicht alle gut. Vor allem, wenn er rhetorisch ein wenig übereifrig wird. Wenn er zum Beispiel statt von der Verteidigung der Ukraine von der Eliminierung Russlands spricht, gibt es Leute, die das ein ganz kleines bisschen gruselig finden und die vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen Recht damit haben. Oder wenn er ein höhnisches Video teilt, das die Explosionen auf der Krimbrücke zeigt und dazu schreibt, schakalaka bum bum, die Befreiung der Krim beginnt, jetzt. Dann finden das auch einige Leute angesichts der Tatsache, dass da ja durchaus Menschen auf dieser Brücke gestorben sind, nur so Mittel. Und dann wird diskutiert, darf man sich trotz ziviler Opfer über einen militärischen Erfolg freuen? Waren es überhaupt Zivilisten oder müssten sie nicht eigentlich als Besatzer gelten? Ist es sinnvoll, unvertretbar, die drei Todesopfer auf der Brücke gegen die vielen Opfer von Putins Vergeltungsschlägen aufzurechnen? Und ist so eine Wortwahl für einen Botschafter angemessen? Aber da weiß ich gar nicht, was die Leute haben. Schakalaka bum bum, das sind doch feierliche Worte, die im Grunde in allen Situationen passen. Bei einer Beerdigung. Heinz-Dieter hat sein Leben in Würde und Liebe gelebt. Wir verabschieden ihn mit einem von Herzen kommenden Schakalaka bum bum. Nach einer Landtagswahl, wenn man sich lieber darüber freut, dass die FDP rausgeflogen ist, als an die 18 Faschistinnen und Faschisten im Landtag zu denken, die vor der Wahl noch halb so viele waren. Schakalaka bum bum. Auf dem Klo, wenn nach einer dreistündigen Sitzung endlich die hart erarbeiteten braunen Klößchen ins Abwasser plumpsen. Schakalaka bum bum. In der Regierung, wenn nach einer dreistündigen Sitzung endlich die hart erarbeitete Gaspreisbremse ins Abwasser plumpst. Schakalaka bum bum. Aber im Ernst, ich hatte tatsächlich ein falsches Verständnis von Diplomatie. Laut Duden geht es darum, klug bzw. taktisch geschickt zu sein, bei dem Bemühen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist André Melnyk. Er ist laut und fordernd und provokant und nervig und unverschämt und manchmal geschmacklos und erreicht damit genau das, was er will und was sein Land gerade braucht. Aufmerksamkeit. Wie viele Diplomatinnen oder Diplomaten würden euch auf Anhieb einfallen? Wie heißt die deutsche Botschafterin in der Ukraine? Wie heißt der iranische Botschafter in Deutschland? Gibt es überhaupt einen oder sogar mehrere? Wahrscheinlich wisst ihr das nicht. Ich auch nicht. Also jetzt schon, weil ich es natürlich gegoogelt habe. Aber bis vor fünf Minuten hat das einfach keine Rolle in meinem Leben gespielt. Aber André Melnyk kennen wir alle. André Melnyk ist der Captain Jack Sparrow der Diplomatie. Erinnert ihr euch an diese Szene aus Fluch der Karibik, in der der Admiral James Norrington sagt, sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe? Und Jack Sparrow antwortet, aber ihr habt von mir gehört. Das ist André Melnyk. Und ich will den Mann nicht verharmlosen. Mein Lob ist wirklich nur punktuell. Ich habe nicht vergessen, was er über Bandera gesagt hat. Ich würde nicht mal behaupten, dass er mir auf Abstand sonderlich sympathisch ist. Ich will nur sagen, ich habe mich jetzt ein paar Folgen lang über die mangelnde Aufmerksamkeit und Hilfe für die protestierenden Frauen im Iran beklagt. Und diese mangelnde Aufmerksamkeit hat vermutlich verschiedene Gründe. Das Atomabkommen, der tatsächliche räumliche und der gefühlte kulturelle Abstand, die Tatsache, dass echter Feminismus rar gesät ist und dass die Frauen um Beistand bitten. André Melnyk bittet nicht. Er fordert. Und selbst die Menschen, die sich über ihn ärgern, hat er damit emotionalisiert. Jedes Gefühl ist besser als Gleichgültigkeit, wenn du willst, dass sich jemand mit dir und deinen Bedürfnissen beschäftigt. So undiplomatisch ist Herr Melnyk also vielleicht gar nicht. Denn das, was er tut, ist klug und taktisch geschickt. Man mag sein Gebaren ärgerlich und anmaßend und lächerlich finden, aber es verhindert, dass wir mit der Ukraine das tun, was wir am besten können. Sie vergessen. Außerdem sind die meisten Kriege in ihrem Kern auch ziemlich lächerlich. Einer klaut dem anderen eine Plastikschaufel, der andere haut dem einen dafür mit einem Förmchen auf den Kopf, dann bewirft der eine den anderen mit Sand und der andere pullert ein und kriegt einen Schreikrampf. Es ist nicht mehr als das. Es sind dieselben Gefühle und es ist dasselbe intellektuelle Niveau. Der Ernst des Krieges speist sich nicht daraus, dass er dem Gebaren von Kleinkindern in irgendeiner Form überlegen wäre, sondern daraus, dass in einem Krieg jeder Ausbruch unausgegorener Gefühle, jede unreife Handlung dazu führt, dass Menschen sterben. Er ist ernst in seiner Konsequenz, aber lächerlich in seinem Wesen. Vielleicht muss man ihm genau so begegnen. Huch, was für Abschlussworte. Das war Bosetti will reden für diese Woche. Hier kommen wieder eure schönsten Kommentare von YouTube, Twitter und Facebook zur letzten Folge. Darin ging es um die Landsendung mit Precht und Wälzer. I can't touch the sun schreibt. Raucht die Bosetti crack? Ja, manchmal. Selten. Also in diesem Leben noch nicht. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal an eine Zigarette gezogen in diesem Leben. Ich habe wirklich keine Chance, die Qualität meiner Texte auf Drogen zu schieben. Rudi Mo schreibt, ZDF-Vorstand 1, schnell, wir sollten Precht widerlegen und den Idiot-Zuschauern zeigen, dass er Unrecht hat. Wie machen wir das? ZDF-Vorstand 2, da kann nur Bosetti helfen. Solange die einen sinnfreien Monolog hält und ihr niemand widerspricht, ist die echt okay. ZDF-Vorstand 1, perfekt, da kann nichts schief gehen. So, und jetzt ab in den Saunaclub. Die Rundfunkgebühren veruntrollen sich nicht von selbst. Ich bin schockiert. Du hast das Gespräch einfach eins zu eins wiedergegeben. Wie hast du das gemacht? Hast du es belauscht? Lebst du in einer Top-Pflanze in Norbert Himmlers Büro? Ann Dorian schreibt, ich würde zur Abwechslung gerne mal wieder hören, warum es gut ist, nicht in München zu leben. Weil Markus Lanz nicht in München aufgezeichnet wird? Barry T. schreibt, ich wollte eigentlich nur noch mal erwähnen, dass Frau Bosetti beim Deutschen Fernsehpreis nichts gewonnen hat. Schönen Abend. Was? Ich war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert? Das hätte ich ja mal erwähnen können. Cool Coney schreibt, Geschwätz über Geschwätz. Ja, okay, das fasst dieses Format ehrlich gesagt ziemlich gut zusammen. Und es ist auch ein schöner Schlusssatz. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.